Wer sind denn die Arnden? Die Vorbewohner. Euch sollen wir ja beschützen. Den Dock haben wir auch mit, für alle Fälle. Auf jeden Fall haben wir hier Leute sitzen. Oben an der Ecke. Hier drin sind schon solche. Von da kommen auch noch drei. Wollen wir fahren Militär nur nach vorne? Nee, hier auch. Bleibt hier mal vier Mannes. Bleibt hier mal zu fünf Stunden. Die zu schützende Person. Hier? Alle. Okay, dann gehen wir nach vorne. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Ihr bleibt ein bisschen zurück, ja? Okay. So. Mal ein bisschen in der Reihe. Jawoll. Dann kommen die Jungs von links. Folge auf sieben Schritt. Ja. Das ist direkt geschossen. Wie geht das an oder hat das? Das ist doch direkt. Ja. Ja. Ja, nochmal. Ja. 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 Ja, naja. Ja, da sind gerade da nicht. Ja. Ja, da vorne links. Da stehen wir. 11 Uhr. 11 Uhr. Eine, zwei. Da den Feldweg rein. Wer ist Kevin? Ich nicht wissen, wer Kevin ist. Wir müssen dann gehen da lang. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Und Kevin? Wo sind die Kartoffeln? Da kommt ein Bahnsteig und da von rechts. Rechts. Ich habe weitergegeben. Auf Brennstäben. Auf Brennstäben gezeugt. Ich habe mich nicht gelaufen. Ich habe gerade gekübt. Okay. Okay, dann müssen wir weiter. Wir laufen weiter. Wir sind hier auf beiden Geschleife. Schönen guten Tag. Wie war das? Ach, jetzt ist doch das Wut hier. Einer von den Dorfene wohnen voll offen. Wir wissen nämlich nicht, wo... Dorfbewohner Kartoffelfeld. Wo ist das Kartoffelfeld? Wer weiß wirklich. Wer? Ja. Im Prinzip nur geradeaus, bis der Bahnsteig anfängt. Ja. Und davon dann rechts. Nebenwattstück drin. Ich brauche jetzt noch ein Stück an dem ganzen Gestriff scheiß vorbei. Ja, es ist genau neben uns. Wo ist das Kartoffelfeld? Wie weit ist das? Nur noch geradeaus. 150. Da sehen wir nichts. Da sehen wir nichts. Da sehen wir nichts. Euer Kartoffelführer geht mit hinter. Klausi und ich laufen versetzt auf der linken Seite. Geben euch die Infos, was da abgeht. Lauft ihr da rüber. Ihr seid in Deckung. Gebt rüber. Da fängt dann so ein Bahnsteig an. Du kennst den Weg. Du gehst mit uns. Oder so. Wenn der tot ist, haben wir einen Scheiß. Ne, der ist ja nur gewahrtopp. Nein, er kennt als einziger den Weg. Geradeaus. Eigentlich nur bis der Bahnsteig anfängt. So ein Beton an der Seite. Und dann bist du schon da. Und davon dann rechts in den Wald rein. Dann gleich da ist es. Also glaub ihm. Ich komm einfach mit. Geht ihr mal da rum. Das ist da ein Stück, aber es ist nicht versteckt. Geht ihr gehen bitte. Bei diesen Leute. Auf geht's. 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 Ja. Ah, da oben ist der Posten von denen Lasst die sich beschäftigen, geht weiter Kontakt, runter Die sitzen alle da vorne, jetzt stehen wir hier doof Ist das ein eigener oder ein anderer Ginger da vorne? Ne, das ist ein Bandit, der ist hier 30 Meter, 50 Meter Stehen wir in die Richtung hin Hier war ja direkt ins Gebüsch, der da vorne sitzt Ganz vorne, ja Ich hätte Busch gesagt Du mir davor gehen Du jetzt Deputy Aha Yes Von hier aus müssten wir direkt drauf zulaufen Die Kartoffel, die erste Levererie liegt direkt in der Linie Wo sind die? Die liegen einfach auf dem Boden offen, normale Kartoffeln Wo? Geradeaus einfach weiter Und dann fangen die einfach an Ist aber noch ein Stückchen Da ist eine kleinere Freifläche dann auch Kann aber nicht überzeugend Hier vorne liegt direkt einer Stolz vor Ja Link von und link von Ein Meter bei der Wurzel Da hinten Und da Da saß eben einer hinter der Wurzel Verwegt sich Ja, ja Ja, natürlich Freihals Ja, natürlich Freihals Was, weiter? Alter Wir wollen jetzt vom Feld Ich da nicht einer? Ah, den hat's schon Naja, der eine ist schon weg Den gehen wir den Rest nach Kugel in den Kopf, Ruhe Ich weiß nicht, ob ich ihn hab Ah, guck mal Von da vorne Vorne auch, oder? Ja, guck mal da Das ist eine eigene, oder? Nee Sind das schon die anderen? Das sind alles Banditen Das sind vier Die ziehen vor uns rein Vier vor uns Vier Pass auf, vorne Vorne